Heini Weber, gutes Hören und Sehen. Familienbetrieb mit 13 Filialen in der Region. Gesundheitshandwerk auf höchstem Niveau mit Firmensitz in Kassel in der Wilhelmstraße. Mein Großvater, Augenoptikermeister und Fußball-Nationalspieler Heini Weber hat dieses Unternehmen 1930 gegründet. Seitdem steht der Kunde bei uns an erster Stelle. Wir vereinen Tradition mit Innovation. Brillen, Spezialbrillen, Kontaktlinsen, optische Geräte, aber auch Hörgeräte und Gehörschutz. Die Auswahl ist groß. Unsere Fachleute auf dem neuesten Stand der Technik. Unsere Familie und unser Heini Weber Team für besseres Hören und Sehen sind in ihrer Region immer für Sie da. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.